Hallo und willkommen, liebe Skyliner Fans, zu einem neuen Wunschduell mit der Sarah und dem Marcel. Und heute kommt der Wunschkampf von Lioness2303. Sie wünscht sich K-Mo gegen Flashwing und Sarah darf sich die Arena aussuchen. Ich mach mal rechts neben Gefängnisinsel. Das. Ja, das haben wir noch nicht drauf gespielt, ne? Äh, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Ja, lass das mal ausprobieren. Dann haben wir heute mal, zum ersten Mal, Kraftdraht. So, ich setze als erstes mal Skyliner aufs Portal und ihr könnt euch ja bestimmt schon denken, welche ich nehme. Nämlich Flashwing, den schönsten Skyliner, den es gibt. Und dann wird die Sarah natürlich benutzen. K-Mo aus der Serie 1, da es ihn ja aus der Serie 2 leider nicht gibt. Genau, beide Level 15, vergessen zu erwähnen. Gut. Ähm, ich würde sagen, eigentlich sind beide relativ ausgeglichen, aber ich bin ein bisschen schneller als du. Ja. Ja. Okay, dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, danke. So, und dann geht's mal direkt, was mal gucken, was hier passiert. Ach, guck mal, da unten ist ein Pfeil. Ah, nee, doch nicht. Ich hab gedacht, ja, hab ich gedacht, ja, du triffst mit da unten nicht, da könnte man machen, was du willst. Und jetzt Megakristall, oder nicht? Soll ich mir erst mal Energie hier unten? Hier Megakristall, sagt, schön. Oh, die Melonen. Die Melonen sind gefährlich, die sind ganz gefährlich bei dir. Jetzt hau ich da unten den Megakristall. Ja, jawohl, 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 der trifft, der trifft. Ja, der trifft. Hier, ne Megakristall. Zack, oh, daneben. Oh. So, und jetzt hier, meine, meine Drehung wieder. Mehr. Komm, ab. Hier. Oh. Schnell, nein, oh, die Melonen. Jetzt haben sie mich getroffen. Oh, ich komm hier nicht mehr weg. Da ist so viel Wind. Oh, da hinten ist ein Eis, das muss ich unbedingt haben. Und Geisterschwerter, die sind besser. Jetzt schnell hin zu ihr, jetzt schnell hin. Ja, schön, die Geisterschwerter. Komm, drauf, 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 drauf. Jetzt haut sie ab. Oh, jetzt bin ich gefangen. Jetzt weiter, 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 weiter. Oh nein, sie hat den Raketenhut. Aber sie hat nur noch 71 Leben. Deswegen, zack, Megakristall. Oder auch nicht. Jawohl, jawohl. Ja. Nein. Das war's. Ja, hab ich ein bisschen mehr Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. Alles klar. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal.